hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play grünfelderland ja ich befinde mich mal wieder beim händler und ich werde hier warte mal ich muss noch mal ich muss noch mal in den händler rein ich habe nämlich ehrlich gesagt hallo mir dennoch gar nicht ganz angeschaut als ich das letzte mal hier drin war war er nämlich noch nicht ganz eingerichtet hier schon hier logo also sehr schön dann gehen wir hier mal hoch und dann stelle ich hier fest dass es hier ein bisschen ruckelt okay das ist das geilste dass man hier runter gucken kann in die werkstatt und gucken kann ob die mitarbeiter blödsinn machen ja kommen mit fs 22 glas aufsteller schön gibt es da auch schon die aussteller das geruckelt ist ein komisch also hier kommt noch ein bisschen lego rein im ls 22 dann aber sie trotzdem sehr schick aus vor allem wenn man hier noch ein bisschen dann auch sich ein paar deko sachen rein stellt oder so gebraucht maschinen also so wird es wahrscheinlich dann in unserem rp im 22 ablaufen aber jetzt wollte ich mir neue sachen kaufen und zwar eine ballenpresse und da ich ein bisschen auf markenvielfalt setzen möchte werde ich mir eine cool presse holen und einen anders markigen traktor und da habe ich mir auch schon eine ausgesucht nämlich den mf 8700 mit akribumper gps ja reifenvariante machen wir breitreifen und motorausführung den 8737 und den holen wir uns 400 ps hat das ding das ist glaube ich ganz gut und dann haben wir so ein bisschen eine markenvielfalt und ich denke die kuhn presse passt sehr schön mit dem massafögsen zusammen oder was meint ihr schreibt gerne meine kommentare was ihr davon haltet ich weiß viele sind einfach john von dir oder fan fan aber ich dachte mir ich mache hier mal ein bisschen markenvielfalt und darum gibt es hier einen mf und die kombination finde ich richtig klasse und ich habe letzt gehört massafögsen hat somit das beste preis leistungsverhältnis also tatsächlich leistung ps betreffend da sei mf ziemlich gut der mf sieht gar nicht mal so schlecht aus finde ich ja irgendwie mit dem akribumper teil sieht er sogar richtig klasse aus so aufklappen und dann ab ich gerade noch ein foto schießen Ja warum habe ich die Quaderballenpresse genommen, ist ganz einfach, dann rollen die Ballen nicht weg. Das ist immer so ein kleines Problem, wenn du die Rundballenpressen hast. Die Rundballenpressen sind natürlich viel schöner, was jetzt das Arbeiten dann mit Silage angeht. Man könnte die gut wickeln, aber da wir ja den Fermenter auf Hof 8 stehen haben, brauche ich ja eigentlich gar keine Silage durch Wickeln produzieren, sondern ich kann das dann im Fermenter fermentieren und dann ist es einfacher. Und vor allem wenn ihr, wenn man LS auch so spielt, dass man die Ballen selber dann auch aufladen muss, ist es auch immer ganz geschickt Quaderballen zu nehmen, weil die pullern auch nirgends weg. Der ist schon ein Vorteil. So, ich werde jetzt hier mal ein bisschen pressen und dann hören wir uns gleich nochmal wieder. Die letzte Reihe Stroh ist dran. Und dann sind wir hier durch. Und dann müssen wir schon wieder investieren. Da muss ich nämlich einen Lkw mit Anhänger für den Ballentransport kaufen. Und dann müssen wir die Ballen einladen. Das werden wir gleich machen. So Leute, das nächste Investment ist gemacht. Wir haben hier einen Mercedes Actros. 4x2, 4 Antriebsräder und 2 Fronträder. Und dann haben wir noch hier den Flatbed Trailer von BDM. Genau. Easy Autoload. Hoffe ich mal, dass es funktioniert. Dann fahren wir mal schnell rüber zum Feld und gucken, dass wir den vollgeladen bekommen. Los geht's. Und dann los geht's. Dann sind wir schon da und dann kann ich auch schon aufladen. Ähm, Ladegut. Quadebein. Arbeitsmodus anschalten. Dann schauen wir mal. Läuft. Ich hab übrigens kein, ah, 33 Ballen krieg ich drauf. Ich wollt grad sagen, ich hab keine Ahnung, wie viel Ballen ich drauf krieg. Aber 33 ist schon mal ganz ordentlich. Gut, die werde ich dann gleich ins Lager fahren. Und dann, wenn wir sie wieder brauchen, ähm, kommen die oben in den Komposter oder bei den Kühen rein. Je nachdem, wo halt Stroh am Mann ist. Gut, die wäre los, w Hearst. Das war's. スマna Handlung. Auf Wiedersehen. Ichнимbe Quinzję. Ever Frühstück. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020